Dennis Wilms, Moderator, WeWiWissen. Erklären Sie uns doch mal, wie Digitalradio funktioniert. Digitalradio ist die Weiterentwicklung des terrestrischen Radios. Funktioniert halt digital, das heißt, man hat das ganze Gerausche nicht mehr, die ganze schlechte Qualität nicht mehr, wenn man manchmal einen Sender nicht so gut empfangen kann. Es ist kristallklar, außerdem werden zusätzliche Informationen auch noch übermittelt über diese Digitalkanäle. Und ich kann sagen, es lohnt sich definitiv, auf Digitalradio aufzurüsten. Ich werde jeden Morgen von einem geweckt. Dankeschön.